Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Mittwoch, dem 11. Mai 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1194. Heute mit den folgenden Themen Ilmask, Passwörter, Tinder, Instagram und Gesetze. Wir starten wieder mal mit Ilmask. Keine Woche ohne Ilmask. Spätestens seit er an Twitter am Baggern ist, natürlich noch viel mehr als nur mit den eigenen Geschichten wie Tesla, SpaceX etc., der Boring Company und so weiter und so fort. Um was geht es heute? Ilan hat wieder mal ein paar Dinge verlauten lassen, wie es dann mit diesem Twitter weitergehen sollte, wenn er dann das Ganze unter seinem Fittich hat. Er möchte stark expandieren. Die nächsten Zahlen sind angegeben für das Jahr 2028, also noch relativ nah. Und was will er bis dann? Er möchte zum Beispiel die Twitter-Nutzerzahlen vervierfachen, die Einnahmen ver-x-fachen und die Möglichkeiten von Abos, was genau er da unter Abo versteht, hat er nicht geschrieben. Auch da die Nutzenden hochtreiben in die dreistelligen Millionenbeträge. Finde ich spannend, finde ich interessant. Ich bin sehr gespannt, wie sich Twitter weiterentwickeln wird, ob es mein Lieblings-Social-Network bleiben wird und oder ob es sich irgendwie komisch entwickeln wird. Ich habe schon immer gesagt, ich würde gerne einen gewissen Batzen Geld in Richtung Twitter werfen, wenn das Ganze dann dafür ein bisschen einfacher, werbefreier und andere Geschichten besser gelöst werden. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Neuigkeiten gibt es auch, das ist zwar eine Neuigkeit vom letzten Jahr, letzten Jahr, letzten Woche, als der weltweite oder der World Passwort Day war, der Passwort Tag. Da hat Google, Microsoft und Apple sowie das WWW, das World Wide Web Consortium, eine Kooperation ausgegeben oder eine Zusammenarbeit angekündigt. Man möchte mit der Fido-Alliance, der Apple vor ca. zwei Jahren beigetreten ist, gewisse andere Hersteller schon länger mit drin sind, eine Möglichkeit bieten, dass das Passwort abgeschaffen wird. Klingt ja grundsätzlich gut. Ich bin sehr gespannt, wie das schlussendlich umgesetzt wird, mit einem Token, mit einem Schlüsselanhänger, was auch immer das schlussendlich sein wird und oder auf dem Gerät. Vor allem im Bereich des Pishings könnte da deutlich mehr Sicherheit eintreten und das wäre ja definitiv gut so, wenn ich immer noch sehe, was gewisse Menschen für Passwörter nutzen. Ich nutze ja gerne mein, ach wie heisst das Teil schon wieder, Yubico, genau, oder meine Yubico Keys, die ich habe. Ich habe welche mit NFC, ich habe welche mit USB-C, welche mit Lightning etc. für eben so ein einfaches und sicheres Login. Das soll eben noch einfacher werden in Zukunft. Im nächsten Jahr soll es schon soweit sein. Hoffen wir, dass der Standard besser und schneller vonstatten kommt als Matter zum Beispiel. Das ist ja auch noch etwas, was wir warten. Dann kommen wir zu Tinder. Genauer gesagt zu Match. Match ist die Firma hinter Tinder, quasi die Überfirma drüber, die noch andere Firmen unten drunter hat und die hat sich beschwert und oder möchte sich gegen Google beschweren. Warum möchte man das? Ganz einfach, weil man bei Apple ja auch schon moniert, das mit den alternativen Bezahlsystemen bei Google nicht so richtig umsetzt. Zuerst hat sich Google als Standard gemacht unter Android, für den Playstore etc. Und damit dann auch die Bezahlmöglichkeit eingeheimst. Und jetzt bringt man nur, was war das? Spotify war der Partner genau, denen die Möglichkeiten, alternatives Bezahlsystemen zu testen. Und ob das dann eingeführt wird, wird sich noch zeigen. Denn Google hat selber für Android die Zahnräder ein bisschen angeschraubt. Das haben wir ja schon vor ein paar Wochen hier in der Daily gehabt. Neuigkeiten gibt es auch bei Instagram, nämlich zum Thema NFTs. Die kommen jetzt auch in die App mit rein. Wie das Ganze funktionieren wird? Man kann NFTs präsentieren, zeigen. Aktuell ist noch nicht genau klar, ob das auch gehandelt wird und wie auch immer. Ich glaube ziemlich stark, dass der Part kommen wird, denn Herr Zuckerberg möchte da natürlich auch ein bisschen Geld daran verdienen. Aktuell ist es eher ein bisschen wie bei Twitter. Gut, bei Twitter sind es nur die Avatare, aber bei Instagram ein bisschen mehr. Ich bin gespannt, wie es ausschauen wird und werde das mal aus der Ferne beobachten. In Deutschland ging das Gesetz nicht durch. Jetzt versucht man es auf EU-Höhe. Ich hoffe, das kommt nicht so wie viele diese lustigen Gesetze, die irgendwie kurz vorm Sommer noch durchgeprügelt werden, wenn alle anderen Fussball, WM oder EM schauen. Keine Ahnung, ob dieses Jahr sowas ist, aber es passiert leider immer wieder. Man möchte die Smartphones aller Nutzer in der EU durchsuchen nach Chats, nach Kinderpornografie etc. und dann das gleich der Strafbehörde melden. Wenn das durchkommt, wird es definitiv nicht lustig. In Deutschland konnte man das Ganze ja kippen. Ursula von der Leyen, die das in Deutschland in Angriff genommen hat, macht das jetzt in Brüssel nur noch ein bisschen stärker und grösser. Also somit, wer da Möglichkeiten hat, sprecht mit euren politischen Menschen da, die in Brüssel sind, dass die in die richtige Richtung abstimmen. So, genug des Politischen. Heute euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag und wenn ihr mögt, bis bald wieder. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.